Hallo Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Reihe kurz, in Anführungszeichen lang erklärt. Heute geht es sich um Filtermedien und Filterung allgemein. Ich denke, da macht man zwei Teile draus, könnte was länger werden. Ich versuche mal ganz allgemein hier auf das Filtern und Filtermedien einzugehen, aus meiner Erfahrung heraus. Und wenn euch das interessiert, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, ich bedanke mich für euer Interesse und wir legen dann auch direkt los, wie immer. Ja, Filterung, Filtermedien ist ein sehr großer Bereich. Dieser Bereich ist grundsätzlich nicht über einen Kamm zu scheren, weil es ist im Endeffekt immer davon abhängig, was will ich erreichen. Fangen wir mal mit dem einfachen Erreichen der Klarheit des Wassers, beziehungsweise von Schwebstoffen an. Also sprich, ich will Schwebstoffe aus meinem Wasser haben. Wie erreiche ich sowas? Gibt es zwei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, sagen wir mal so. Und zwar mit einer mechanischen Filterung. Die ist grundsätzlich eigentlich immer als erstes einzusetzen, wenn ich was aus dem Wasser heraus haben will. Jetzt habe ich zwei verschiedene, ich sage jetzt mal grob, zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich setze momentan bei mir die Filterwatte ein. Das heißt, ich habe vier Filterpatronen, wo das Wasser dann von oben reinläuft. Blende ich euch auch mal mit ein. Und dort sammelt sich dann, ich sage es mal, der grobe Schmutz, Dreck, Modder, der dann mit dort runtergespült wird. Das ist die eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit wäre ein Fließfilter. Fließfilter habe ich auch schon mal eine Kleinigkeit zugesagt, beziehungsweise auch zu der Alternative vom Fließfilter. Blende ich euch oben mit ein. Gibt es auch einen separaten, kurz, lang erklärt zu. Fließfilter ist auch eine sehr feine Sache. Man muss aber jetzt im Endeffekt unterscheiden, was will ich tatsächlich mit der Filterung erreichen. Habe ich jetzt zum Beispiel ein Becken, was, ich sage jetzt mal, extrem hohe Nährstoffwerte hat, dann ist der Einsatz eines Fließfilters, ich sage jetzt mal, relativ sinnvoll. Aus meiner Sicht. Was macht der Fließfilter? Der Fließfilter geht hin. Wir haben im Prinzip eine Aufnahme, wo das Wasser reinläuft. Wir haben ein dünnes, entsprechendes Filtervlies außenrum. Und das Wasser muss durch das Fließ durch. Wenn das Fließ dann dicht ist, steigt der Wasserstand in diesem Fließfilter. Es wird ein neues Fließ nachgezogen, beziehungsweise ein neuer Bereich nachgezogen. Und das Wasser läuft wieder durch diesen frischen Bereich hindurch. Heißt im Endeffekt, das Material, was wir erstmal nicht sehen wollen oder nicht im Becken haben wollen, wird aus dem Wasser herausgenommen. Und zwar direkt. Heißt im Umkehrschluss, alles was an, ich sage jetzt mal, Schadstoffen, beziehungsweise Schwebstoffe, etc., was alles mit diesem Fließfilter herausgezogen werden kann, ist aus dem Becken herausgenommen. Und damit findet kein biologischer Prozess mehr statt. Wie schon gesagt, bei Becken mit hoher Nährstoffbelastung kann das dementsprechend auch dazu führen, dass Nährstoffe gesenkt werden. Es werden aber halt nicht nur diese Schmutzpartikel rausgezogen, sondern auch die zusätzlichen, ich sage es mal, Hilfsstoffe, die an dem Schmutz mit dran sind, die mit in diesem biologischen Prozess drin sind. Kann einerseits gut sein, kann andererseits schlecht sein. Ich habe zum Beispiel jetzt die Erfahrung gemacht, ich mache mal einen kleinen Off-Topic hier vom Meerwasser. Ich habe draußen einen Keu-Teich, blende ich euch auch mal kurz ein. Und dort habe ich dann auch eine mechanische Filterung aufgebaut und habe dann jetzt neulich meinen Züchter mal gefragt, wie schaut es denn aus? Ich möchte gerne nach Möglichkeit das mit der Watte aufhören, weil draußen filtere ich auch über Watte. Und möchte mir einen Fließfilter da anschaffen. Da sagt er, lass es sein. Ich sage, ja warum? Ja, du holst sehr viel aus dem Wasser heraus. Ich sage, ja, das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Ja, ja, positiv wie negativ. Ob sich das jetzt eins zu eins übertragen lässt, weil er ist dann auch der Meinung, also die, er hat die meisten Probleme bei Leuten, die, ich sage jetzt mal, Fließfilter oder ähnliche Filteranlagen haben, da sind die Fischer öfters krank, behauptet er, als Veterinär. Ja, er ist ausgebildeter Veterinär, er hat da also richtig Ahnung. Und im Teichbereich sagt er, lieber keinen Fließfilter, weil das Wasser zu steril wird, zu sauber wird und somit dann auch zu viel, ja, ich sage mal, der Fisch halt nicht vernünftig geimpft werden kann. Beziehungsweise keine vernünftigen Abwehrstoffe mehr aufbaut, weil halt kein Schmutz mehr da ist, auf den er reagieren muss. Ich selber habe jetzt mit Fließfiltern keine große Erfahrung. Das, was ich jetzt hier weitergebe, ist reines Hörensagen. Aber der rein biologische Prozess, der stattfindet, also sprich, die Filterung selber, das Material wird rausgeholt, das ist Fakt, das ist so. Ja, und somit können dann auch dementsprechend Sachen aus dem Becken herausgezogen werden, die man einerseits nicht drin haben möchte, andererseits sind wahrscheinlich auch positive Sachen, die in den gesamtbiologischen Prozess eingreifen, die dann wahrscheinlich auch mit rausgezogen werden. So, hacken wir erstmal den Fließfilter ab, gehen wir zu der Methode über, die ich gerade anwende. Im Teich genauso gut wie hier bei mir im Becken. Ich benutze Filter Watte und hier ist es tatsächlich so, dass die Filter Watte eigentlich fast, nee, nicht nur fast, die macht den gleichen Job wie ein Fließfilter. Hat aber den, ich sag jetzt mal, Vor- bzw. Nachteil, dass die Stoffe, die die Filter Watte rausholt, erstmal noch in dieser Watte drin sind und somit in Anführungszeichen biologisch verfügbar ist. Lässt man diesen Wattefilter jetzt zu lange laufen, weil es halt noch funktioniert, oh, ist ja noch, da fließt ja noch Wasser durch, alles gut, dann fängt er natürlich an oder fangen dort biologische Prozesse an, die einerseits, ich sag jetzt mal, positiv sein können, andererseits auch negativ. Zu den positiven Sachen ist natürlich zu sagen, für Becken, die extrem nährstoffarm sind, ist das eine hervorragende Brutstritte für, ich sag jetzt mal, Nitrat. Daher dann auch die Problematik, die wir schon öfters, beziehungsweise damals auch hatten, setzt bloß keine Filterschwämme ein. Das sind Nitratbomben. Ja, dort wird, wenn diese Schwämme nicht regelmäßig gereinigt werden und regelmäßig gewachtet werden, ausgespült werden, wird dort Nitrat und ähnliche Stoffe produziert. Das ist korrekt. Heißt also im Umkehrschluss, wenn ich, ich sag jetzt mal, wie zum Beispiel mein Becken, was ihr im Hintergrund seht, das Epo-Rief-Becken, sowieso schon, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nährstoffarm ist, dann ist eine Filterung über Watte schon mal nicht schlecht. So, jetzt müssen wir aber schon wieder abwägen. Jetzt kommt der Ping-Pong-Effekt. Einerseits, wenn ich jetzt die Filterung über Watte mache, bekomme ich gegebenenfalls mein Nitrat. Andererseits siedeln sich da in dieser Watte natürlich auch wieder Bakterien an, die gleichzeitig auch wieder hingehen und andere Stoffe vor Stoff wechseln, die ich wahrscheinlich brauche. Und zwar an einer Stelle, wo dann eigentlich meine Korallen das oben haben müssten. Einfachstes Beispiel ist, beim Einfahren des kleinen Projektbeckens hatte ich die Problematik, dass die Farben nicht so richtig gut rausgekommen sind. Und da war die Problematik halt die, dass ich hingegangen bin, und habe das Ganze dann über Watte filtern lassen im Vorfeld, so nach dem Motto, ja, ich habe ja hinten meine Cups, setze die Watte ein, alles gut, läuft. Ja, dann habe ich Rücksprache mit ATI gehalten. ATI meinte, ja, geh doch mal hin und nimm doch mal die Watte raus, beziehungsweise die Schwämme. Da bilden sich halt dementsprechend Stoffe drin, die dann auch schon das N und P, was ich halt bei diesem Becken zugegeben habe, schon im Vorfeld da unten vor Stoff wechselt haben. Und das ist gar nicht wirklich bis nach oben zu meinen Korallen gekommen. Weil, ja, ich habe es an der Stelle dosiert, direkt an der Rückluftförderungspumpe. Aber es kommt zwar oben ins Becken rein, aber wird auch gleichzeitig unten durch die Schwämme und durch die Watte, die ich halt eingesetzt habe, wieder aufgrund der Bakterien, die sich halt auf diesen Filtermedien angesiedelt haben, verstoppwechselt. Und das ist eine Sache, die muss man dann im Auge behalten. Ja, bei der mechanischen Filterung gibt es auch noch andere Varianten. Das kommt dann auf die Beckengröße an. Wie gesagt, man kann über Schwämme filtern, man kann über Watte filtern. Schwämme und Watte grundsätzlich immer dann im Auge behalten, wie sieht mein Nährstoffhaushalt aus. Am Anfang würde ich diese Filterung über Watte bzw. Schwämme erst mal außen vor lassen, damit sich vernünftig Biologie entwickeln kann im Becken, die dann auch da sich entwickeln soll, wo sie hingehört. Ich gehe grundsätzlich hin, die Watte, die ich benutze, und da gibt es auch mehrere Meinungen zu, ich benutze sie mehrfach. Aus dem ganz einfachen Grund, ich brauche in meinem Becken einen gewissen Nährstoffeintrag. Und die vorhandene Biologie, die halt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, in dieser Watte drin ist, möchte ich nicht großartig zerstören. Entschuldigung. Sondern ich wasche sie aus und benutze es anschließend weiter, um die Produktion der Nährstoffe, ich sage jetzt mal, ja, weiter direkt fast 1 zu 1 zu betreiben. Ja, bei der Filterung über Watte ist mir halt auch jetzt bei dem Neustart halt aufgefallen, dass ich momentan einen, ich sage es mal, einen etwas erhöhteren Nährstoffhaushalt habe, beziehungsweise meine Nährstoffe in Bezug auf Nitrat sind höher. Und ja, ich finde es im Moment okay, das passt. Ich liege, glaube ich, momentan bei einer 7 bis 8, das ist optimal. Mein Phosphat liegt dann auch bei einer 0,06 bis 0,08. Das pendelt so Pi mal Daumen. Und da kommen wir nachher auch noch zu, wie ich das entsprechend einigermaßen gut einstellen kann, weil es gehört auch mit zu diesen Filtermedien. Ja, wie eben schon gesagt, es gibt noch andere Varianten, wie ich filtern kann. Es gibt Filterpatronen, es gibt Schwämme, die Watte. Und grundsätzlich sollte ein Filter so aufgebaut sein, dass ich ihn gut reinigen kann, dass ich gut drankomme. Bei mir ist es, ich sage es mal, vorgegeben durch diese Cups. Die lassen sich relativ einfach rausziehen. Grundsätzlich sollte man schauen, dass man halt immer vernünftig für die Wachtung drankommt, gerade wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, feste Filtermaterialien einsetzt, also keinen Fließfilter, sondern Schwämme und Watte. Gerade wenn man jetzt Probleme mit Nährstoffen hat, sollte man schauen, dass diese Filtermedien sehr oft und sehr gründlich ausgespült werden, damit auch keine weitere Nährstoffproduktion eingetragen wird. Was auch noch weiter zu unserer Filterung gehört und dann dementsprechend im weiteren Verlauf dann kommt, ist dann unser Eiweißabschäumer. Da habe ich dann auch schon mal ein entsprechendes Video zu gemacht. Blende ich euch auch mit oben ein. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Da ist es so, dass der halt derjenige ist, der uns die entsprechenden, ich sage jetzt mal, Eiweißverbindungen aus dem Wasser herauszieht, die jetzt zum Beispiel durch die mechanische Filterung im Vorfeld nicht herausgeholt wurden. Die mechanische Filterung im Vorfeld ist sinnvoll, vor dem Abschäumer zu setzen, damit der Abschäumer, ich sage jetzt mal, nur noch das rausholen muss, was halt nicht durch die mechanische Filterung rausgeholt werden kann. Und die mechanische Filterung erleichtert dem Abschäumer natürlich seine Arbeit, damit es nicht so viel ist. So, jetzt kommt es natürlich auch wieder darauf an, was habe ich im Vorfeld für eine Filterung. Also wie gesagt, ihr müsst immer im Auge behalten, was will ich mit dieser Filterung erreichen. Habe ich zu hohe Nährstoffwerte, dann muss ich gucken, dass ich mit einem Fließfilter und mit einem gut eingestellten Abschäumer dann dementsprechend meinen Nährstoff runterkriege. Habe ich zu wenig Nährstoffe, finde ich einen Fließfilter kontraproduktiv. Ich bin sowieso kein Freund davon, sage ich ganz offen und ehrlich, das ist meine persönliche Meinung. Ich habe aber auch keinen Platz dafür, so ganz nebenbei. Aber ich selber bin eigentlich kein großer Freund von diesen Geräten. Aber okay, jeder hat da seine eigene Meinung. Und ja, wie gesagt, im weiteren Verlauf ist der Abschäumer natürlich eins unserer wichtigsten Geräte. Einerseits holt er uns den ganzen Schmodder aus dem Wasser heraus und zum Zweiten kann ich darüber hervorragend Sauerstoff bzw. entsprechende Gase ins Becken bringen. Wo ich jetzt von Gasen rede, reden wir gleichzeitig auch wieder von Ozon. Dazu gibt es auch ein Video, was ich euch einblenden kann. Habe ich auch darüber was erklärt. Das Ozon ist im Endeffekt dafür da, um die Abschäumung zu unterstützen bzw. auch ein wenig zu verbessern und gleichzeitig a. Nesselgifte aus dem Wasser rauszuholen und b. Gelbstoffe. Eine Möglichkeit dazu. Das kann man in Verbindung mit dem Abschäumer machen und somit hätte ich jetzt erstmal die Hauptbestandteile einer mechanischen Filterung erstmal abgearbeitet. Denke ich. Wir sehen uns gleich wieder. Ob eure Filterung, die ihr aufgebaut habt, vernünftig funktioniert oder nicht, seht ihr eigentlich da dran. A. Habt ihr viele Schwebstoffe drin im Wasser. Also kommt natürlich auch auf euren Tierbesatz an. So ganz nebenbei, wenn ich eine Grundel drin habe, wie eine Polaris oder andere Tiere, die halt den Boden auffüllen, dann kommt es natürlich auch schon mal sehr viel öfters vor, dass ich Schwebstoffe im Wasser habe. Aber sie werden natürlich durch eine gut funktionierende Filterung schneller rausgeholt, als wenn ich einfach nur das Wasser runterlaufen lasse, direkt in den Abschäumer. Und ja. Also die gut funktionierende Filterung zeichnet sich im Prinzip dadurch aus, dass ihr kristallklares Wasser habt beziehungsweise wasserfrei von Schwebstoffen. Das kristallklar kann man auf verschiedene Wege erreichen. Einmal durch den Einsatz von Ozonen, wie gerade eben schon gesagt, oder dann auch durch Einsatz von Aktivkohle. Und da kommen wir jetzt gleich zu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017